Diese Videoreihe zeigt die Vorteile der neuen Endres und Hauser ProLine Durchflussmessgeräte, am Beispiel ProLine 300, entlang des Lebenszyklus. Im Anlagenbetrieb ermöglicht das integrierte WLAN eine benutzerfreundliche Verbindung mit mobilen Endgeräten, zum Beispiel zum Auslesen eines Verifikationsberichtes. WLAN ermöglicht eine einfache und zeitsparende Methode der Kommunikation, bei der das Gehäuse nicht geöffnet werden muss. Das Display ist mit oder ohne integrierter WLAN-Funktion erhältlich. Eine blaue LED an der Gerätefrontseite zeigt an, dass die Funktion verfügbar ist. Wenn eine Geräteverbindung zu einem Mobilgerät besteht, blinkt die LED. Um das Tablet mit dem WLAN zu verbinden, gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen und suchen Sie nach ProMac 300 500. Klicken Sie auf Verbindung und geben Sie das Passwort für das Gerät ein. Standardmäßig entspricht das Passwort der Seriennummer des Gerätes. Die LED beginnt zu blinken. Die Anzeige über einen standardmäßigen Webbrowser ist einfach und bequem. Starten Sie den Browser und geben Sie die Standard-IP-Adresse ein. 192.168.1.212. Nun wird die Oberfläche des Web-Servers geöffnet und Sie können sich am Gerät anmelden. Über Menu, Setup, Advanced Setup gelangen Sie zu den WLAN-Einstellungen. Hier sehen Sie, wie leicht es ist, das Passwort oder den Gerätenamen im Netzwerk, die sogenannte SSID, zu ändern. Über WLAN haben Sie auch bequem Zugriff auf alle Verifikationsberichte. Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach es ist, einen der Berichte auszulesen. Melden Sie sich beim Web-Server an und gehen Sie zu Data Management, Documents und Verification Report. Geben Sie den Kunden und den Standort ein. Zusammen mit der Verifizierungs-ID erlaubt das eine individuelle und eindeutige Identifizierung. Die digitalen Verifizierungsberichte unterstützen eine elektronische Speicherung, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Nach Auswahl von Upload wird der Verifizierungsbericht auf einer neuen Registrierkarte angezeigt. Im Kopf des Berichts werden alle Kunden- und Messstellendaten aufgeführt. Weiter unten finden Sie die Gesamtprüfergebnisse und die ausführlichen Informationen zu den einzelnen Prüfungen. Der Bericht kann elektronisch gespeichert oder per E-Mail versendet werden und ist einfach und intuitiv. Einfache und sichere Handhabung von der Installation bis zur Wartung mit dem ProLine Gerätekonzept.